Ich glaube, daran geht die Ideen für Streams und Videos aus. Wisst ihr, ich habe euch das schon öfter erzählt. Ich könnte das alles offline machen. Könnte ich locker. Aber ihr wollt doch immer alles mögliche von mir wissen und doch immer alles mögliche von mir sehen. Und statt dass ich hergehe und das alles offline mache, habe ich gedacht, ich lasse euch daran teilhaben. Den einen oder anderen interessiert vielleicht, wie sowas vonstatten geht oder wie man sowas macht. Aber dann mache ich halt in Zukunft einfach mal ein ganz kurzes Video, wo ich das alles mal ein bisschen zusammenfasse. Und dann hat sich das erledigt und dann braucht keiner mehr sich groß aufregen. Wisst ihr, ich tue das für euch. Ich will das für euch machen. Ich will euch einen Gefallen tun, damit ihr ein bisschen Content habt, damit ihr ein bisschen was seht, wie das funktioniert, wie ich das so aufbaue, wie ich arbeite. Aber wenn ihr das nicht wollt, ganz ehrlich, finde ich echt, ich habe besser das zu tun, als meine Zeit damit zu verschwenden, euch auf die Nüsse zu gehen. Bis zum nächsten Mal.